Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Rollercoaster Taiboon 3. Hallo. Ja, wir haben ja eine Weile, ich habe jetzt eine Weile ein paar Partys hochgeladen, weil ich noch was anderes machen musste und ich war ja auch erkältet und da muss ich mich jetzt mal ein bisschen ausruhen und deswegen weiß ich jetzt noch nicht, was wir so richtig so gemacht haben, letztes Mal. Ich glaube, wir haben die Rennbahn gebaut und dieses komische Ding da, ich kann mich jetzt auch nicht erinnern und wie ihr da schon gesehen habt, oder keine Ahnung, ob ihr es schon gesehen habt, ich habe meinen Kanalnamen verändert, meinen Kanal Bild und den Kanalnamen, weil ich dachte, ja, tja, ist doch blöd, wenn man mal Micky Mausi hieß, ist so ein guter Kanalname, finde ich. Und deswegen habe ich mich unbeleidt und das neue Kanalbild soll halt passend zum Kanalname sein. Ich habe auch mein Kanalbild geändert, also, weil ich will meinen Kanal nicht ändern, weil, ja, es hat echt lange dauert nach dem passenden Kanalnamen zu finden. Also, ich habe auch versucht, einen neuen Kanalbanner zu machen, aber das hat nicht so richtig geklappt und deswegen muss ich jetzt erst mal beim Eisen bleiben. Äh, ich bleib lieber meinen Kanalnamen, ist auch egal. Spann wieder. Monika, ... Wie geht's? Das ... können wir mal bauen. Oh, okay. Ups. Hier ... jetzt nicht los. Achso! Ach, so ... Ich dachte, das wäre ein Fehler. So war so ein... So was habe ich noch nie gebaut hier. So ein Elefant-Kopport. Fähig gar nicht. Hm. Mal was Neues ausprobieren. Das wäre gut. Jo. Und... Wenn ihr es noch nicht bemerkt habt, ähm, bei Niki Mausi ist jetzt auch hier Sims 4 am Laufen. Bei mir auch. Und... Ich kann da ja gerne mal vorbeischauen, wenn er mal ist. Ja. Tja, da muss ich leider wieder eine Brücke bauen. Leider. Ich muss jetzt mal wieder gucken, wie das ging. Ja, die Tiere sind schon wieder ausgebucht. Kommt, kommt ja später her. Ähm, wer hat jetzt ein bisschen überfragt, ne? Ja. Wie ging das nochmal? Mit dem Brücken bauen da? Ja. Das muss man denn nicht... Oh. Was ist das? Ah. Doch, doch, doch. Stimmt. Auf dieses, diese Pinnnadel da. Gott, dann machen wir mal eine Brücke. Äh. Dann wird da rüberlaufen können. Ah. Was ist jetzt los? Hallo. Ahhhh. Ahhhh. Was soll das? Du sollst davon nur gerade auskommen. Da stehen auch schon ein paar Besucher, die ähm, damit fahren wollen, weil das Kuppler Was ist denn jetzt los? Ahhhh. Jetzt ist sie zu tief. Ich muss ja, wo die da nochmal machen. Uff. Jaaa. So, dann mach ich das mal weg. Ahhhh. Ahhhh. Das war geradeaus geht nicht. Jaaa. Weil sowas. Das ist so angestrengend. Ahhhh. 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 Es ist so angestrengend. Es ist was. Ich kenne die gleich. Spaß. Was ist denn jetzt los? Oh man. Das kann doch alles doch mal. So gut. Wie geht's hier nicht weiter? Das kann doch alles nicht warten. Das kann doch alles nicht warten. Hör doch auf damit. Ich muss das mal drehen hier. Wie geht das drehen? Das dreht sich nicht. Geh mal weg. Irgendwie, irgendwie, irgendwie so auf den... So ein Dreck. Dann müssen wir wohl alles abreißen wieder. Weil das Spiel sagt. Nee, das geht nicht. Dann halt nicht. Es geht nicht. Wer so wurscht. Da bloß weit zu spielen. Oder wo kann... Ich guck mal nochmal. Ob man da auch so einen Eingang bauen könnte. Ist nicht immer ein Eingang. Ich glaube nicht. Da muss man glaube ich zwei Stationen machen. Ach stimmt ja. Zwei Stationen. So. Dann geht's erst. Mit dem... Eingang und Ausgang. Auf der selben Seite. Dann ist das schon geklärt. Jetzt dreht doch wieder. Ja. Endlich. So. Ups. So. 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 Dann haben wir's auch geschafft. Yay. Wir fangen den Ding hier. Endlich. Ups. Das ist auf den Wegbom. Dann können wir da. Ähm. Hingehen. Ja. Und mit dem Elefanten bereiten. So. So stehen da äh. Besucher im Grab. So stehen da äh. Okay. Ein paar Wege noch. Was rennt die denn alle weg? Und da wird's auch angelackt werden. Kann man aber noch ein paar Ecken-Dinger hinbauen. Jupf und Toiletten und Fänke und Böder und sowas. Und dann kann man noch mal. Oh nochmal. Achterbahn. Und ein paar Tiere sind auch. Und ausgebürzt. Aber das ist was was. Nachdem wir die Achterbahnen gebaut haben. Nee. Ich baue. Den nächsten Tag können wir wieder bauen. Weil da ist mehr Zeit. Ja. Na komm schon. Geht doch. Äh. Der Eingang ist schon wieder ein bisschen zu hoch. Aber egal. Boah. Das hasse ich. Ja. Das ist halt so ein Problem. Noch mal. Ganz runter. An den vorgefertigten Achterbahnen. Die Eingänge. Manche Achterbahnen. Versteht was ich meine. Das kann doch eigentlich gehen. Joa. Geht. Ist zwar bissl klein aber fein. Der ist halt sich gerein. Ich muss gerade mal den Eingang suchen. Da ist er. Da war er doch. Da. Ja. Habe ich ihn. Ja genau so. Gehts da auch hin. So. Dann machen wir auch gleich nochmal ne Testfahrt. Jupp. Mh. Ein bisschen mehr hier. So. Los. Nichts so spektakulär. Nichts mal wird es dann wieder spektakulärer. Besser und schneller. Ja. Na ja ok. Sieht doch gut aus. Erstmal. Für den Park. auch. So. So. Dann. Was das. Kann man ja nochmal zu den Elefanten legen. Kann man da auch mal Testfahrt machen oder so? Äh. Ja. Kann man. Aha. Da hat sich schon jemand übergeben. So. Dann kann man die Maus. Maus Achterbahn auch mal öffnen. Wieso geht das hier nicht? Muss in den Eingang. Ach jetzt geht's. Nicht so. Nicht testen. Ein gewünscht. Doch so muss ich. Und dann würde ich mal sagen. Das war's mit dem Part. Naja. So viel haben wir jetzt nicht gemacht. Aber. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Kommt mehr. Nächstes Mal wird's wieder besser. Entschuldigung. Und der Knochenborder LP. Der redet hier. Also ist dein Part. Aber egal. Ja. Entschuldigung. Ja. Nächstes Mal wird's besser. Versprochen. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Tschau.